Okay, also das ist aber nicht das, was wir eigentlich hatten, oder? Walfi, ich schwirr, ich kann das nicht essen. Komm, jetzt probier mal. Hört einen Durchfall. Oh mein Gott, tut sich das an. Hey Walfi, das ist Leitungswasser. Das ist bestimmt kein Leitungswasser, und wenn schon. Ich sag's dir, wir kriegen eine Fischstückgiftung. Komm, das ist abgekocht. Wir liegen morgens mit Magenkrämpfen in unserem Bungalow. Heute Nacht geht das schon los. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, irgendwie... So flüssig irgendwie.